Ja sag nicht mal danke, ich hab uns den Arsch gerettet, nix kommt da. Das nächste, da brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, ohne Scharfschutz. Ja, ich bin der Profischütze, hast du da gerade gesehen? Ist deutlich weiter, ist richtig weit diesmal. Ich weiß nicht, ob wir da auch näher rankommen. Ich hab mal nen Schluck Energy genommen. Hab bestimmt ne Scheißidee, aber... Ich weiß nicht, ob der Junker ist. Ach ne, jetzt muss man hier wieder. Quick Timing. Ne, schalten. Das erinnert mich irgendwie an Crash Bandicoot, so ne Dingens. Ja. Ja, da hast du auch so, auch mal einen Level hast, oder zwei Level, glaub ich. Oh! Schever! Ich frag mich eigentlich, was passiert, wenn ich dich fallen lasse, dann kriegst du aber schnell den Tod, ey. Haben die sich vorher, im Rennen haben die sich abgesprochen, die springen jetzt schnell so über Kreuz. Kriss-Kross. Kriss-Kross. Ich hab mir heute noch so ein Gameplay angeguckt vom 6er, der war viel, 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 ähm... Der scheint mir grafisch schlecht, dass du sagst, ey. Also nicht grafisch, aber, ähm, Gameplay. Der ist auch schon ein Gameplay, glaub ich, bisschen schlecht. Jawohl, das war halt auch nicht so... Ja genau, das ist eben auch das Ding, dass, äh... Hier wirst du wenigstens auch ein bisschen dazu gezwungen, präzise zu schießen. Da kriegst du ein Dingens in die Hand, im Sturmgewehr in die Hand gedrückt und dann darfst du drauf halten, ey. Naja. Hier ist doch auch irgendwas mit Schätzen und so, an den Dingern ziehen. Hinter, in den Ecken sind immer diese, diese Dinger drin und da musst du die abziehen, äh, musst irgendwie dran ziehen, damit die rauskommen und dahinter ist ein Schätzchen. Weiß ich auch noch. Naja, ja. Ich weiß aber nicht, wie das alles funktioniert. Muss hier runter? Hier ist auch irgendwo der Emblem. Ja, da oben ist es, ja, ja. Ich guck mal an deinem Laser. Klar, guck mal da dran, Alter. Lass mal an die Papa ran. Die fieb da immer weg. Ja. Sauber. Aber ich kann hier, hier kann ich nichts machen. Ja, das gefällt mir. So ein bisschen Entspannung, ein bisschen Abwechslung hier, so Rätsel-Time und so. Ja, der fasst mit Rätsel. Richtig. Ah, weißt du, was ich gefunden hab, ey? Guck mal jetzt unten, weil bei mir, finde ich, ein Zeichen erscheint, ey. Ohhhh. Da bin die... Da bin die... Gut, dass ich runtergegangen bin, ey. Da wurde ich... Da haben meine Augen geleuchtet, als ich diese Alu-Kiste gesehen hab. Ja, wir müssen hier... Hier, wir müssen hier... Dram ziehen. Du musst an... Du musst an die andere Seite gehen. Du musst, äh... Rechts oder so. Ich weiß nicht... Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang gegangen bin. Ich bin auf der linken Seite von dem Ding. Ich bin auf der linken Seite von der Statue. Ja, runtergegangen, aber... Ja, runter, aber da kommen zwei Wege. Ich glaub, du musst geradeaus, oder... Weil ich bin... Guck mal, achte einfach. Hey, ich finde den schon. Du hast eine Orientierung... Ja, du hast eine Orientierung wie den Mülleimer. Hier kommen, glaube ich, die ersten Käfer, die... Ja, du hast immer noch eine Orientierung für den Mülleimer. Falsch. Richtung, umdrehen. Nee, ist doch richtig. Ach, der ist. Ach, der ist. Ach, der ist. Ach so. Nee, ist doch richtig. Weiß ich doch nie. Weiß ich doch nie. Ich wusste ja nicht, dass dazwischen so ein Stein ist. Der ist so... Ja, das ist... Das ist blöd, weil der... Der ist auch so hoch, da kann man nicht mal eben rüberklettern. Das ist das Doofe. Oder sich hier an der Seite... Nee, das geht nicht. Nee, da muss man schon einmal außen rumlaufen. Finde ich schon richtig. Ja, der hat zwei Köpfe da. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, genau. Da liegt immer schön der Schatz. Und das müssen wir, glaube ich, mit allen machen, ne? Mal gucken, wo man hochkommt. Okay. Ah, richtige Seite gewählt. Das müssen wir an dem ziehen. Ja, zieh mal am Finger. Unten waren doch noch mehr hier. Solche Statuen, oder? Boah, geil. Ich denke, ich hab den Götzen bekommen, ey, der Götze. Das ist der jetzt bei BVB wieder. Ist das ehrlich? Was macht der denn hier? Ja. Aber da ist doch der jetzt besser da aufgehoben. Der hätte kaum gespielt, lieber bei. Ja, ist ja nur mit dem Cash rübergegangen. Jetzt kommt gleich der Säge. Ja, der wollte ja nur Cash machen. Jetzt hat der voll gut die Spiele gemacht. Säge ist jetzt unser Rap- und Fußball-Experte. Also, wenn jemand Fragen hat, immer an PXX schreiben. Ist hier ein Schatz? Hier ist auch einer. Das sind mir immer zu wenig, Schätze. Irgendwie habe ich hier mehr in Erinnerung. Ich fand eigentlich schon ganz süß. Ah, jetzt muss man hier... Aber ich habe ja jetzt einen Granaten-Werfer. Mal gucken, wo das für Dinger da drin sind. Da sind die Blendinger drin. Explosion. Explosion. Ja, geil. Der erste ging schon mal daneben. Das sind wir, was wir uns abschleudern. Jo. Jo. Ja, du bist ein bisschen Spieler hier. Sperrwurf. Nein. Nein. Ey, ich habe den einen verpasst, Alter. Tut dem erstmal die Hand weh, dem Chris. Der Junge, die Explosionspfeile, Alter. Richtig assi. Ja, geil, jetzt kommt der auch noch. Ja, genau, ey. Ohne Kopf hat er mich abgestochen, ey. Ey, oder kriegst du wieder zu viel? Lauf links, hinter dir. Scheiße. Ey, Alter, wir müssen schnell hier weg, ey. Ja, das ist klar, ey. Jetzt kommen wir hier hoch, ne, ne? Ne, ne. Hier, Heilung, warte mal. Warte mal, verstehe. Kann man den Meister nicht schon gut so... Ja, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht. Ne, komm, ziehen wir einfach mal. Einfach mal ziehen. Komm, da rechts, da rechts ist auch noch einer. Der hat auf jeden Fall ein Schätzchen. Heimek the Shadow. Da geht's weiter. Oh, der ist jetzt einfach vor... So, was? ...dass wir durchs Level weitergekommen sind. Ah, da kann ich sogar alleine ziehen, oder? Ne. Nicht? Hey, musst du da wo an... Hä, der ist aber nur ein Seil, oder? Der ist nur ein Seil. Da muss der da rüber laufen, ne? Ah, was, was? Du meinst, du nicht mal muss hier rüber? Hier ist aber auch was. Kannst du da rüber? Ja, geil. Das ist ja... Ja, du mal hier, wenn ich hier rauf. Tja, muss glaube ich suchen, weil das... Scheint nur anders zu sein. Ich geh da mal runter, glaube ich. Das muss doch mal... Guck mal, hier auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall hier runter. Entweder links die Ecke oder rechts die Ecke. Ich glaube hier genau... Ich glaube genau hier drunter. Immer bleibt die Arbeit am Präsidenten hängen. Keine Zeit zum Spielen. Eigentlich mal ein bisschen am Seil hier. Oh, es heißt... Chessim heißt jetzt nicht mehr Chessim, sondern Chessim vor Samsung. Gegner, boah! Jetzt würde ich gerne die Blindkranapen laden. Warte mal, krieg ich die gar nicht mehr los, oder wie? Doch, doch, doch. Nein! Tschüss! The Dark Guard. Nein, das ist doch nicht... Komm mal da! Die Magier-Schule oder so ne Scheiße, ey. Ich guck mich hier nicht an mit deinem Brot. Ich guck mich hier nicht an mit deinem Brot. Ich guck mich hier nicht an mit deinem Brot. Die sind richtig effektiv gegen diese Spinne. Ja, da sterben sie sofort. Da kommen wohl viele bei dir, ey. Junge, Alter! Kannst du mal sterben, ey. Kannst du mal liegen? Was ist da? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin nicht mal gerade. Einer ist ja, einer kommt zu mir. Aber jetzt aber! Haben die Azteken aber gut architektiert hier. Das Wort gibt es schon nicht mehr. Ein Bonus. Du kannst mich als Jacken kennenlernen. 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 Das bringt es richtig. Wir haben hier. Wir haben hier geguckt, ob da irgendetwas noch ist. Okay. Hurry. Wie gut, dass das wichtigste sich hier gehalten hat. Oh ne, nicht der schon wieder. Alter, bekannter hier. Der kam auch hier. Das kann ich auch nicht mehr hin. Ich hab hier. Ich hab Flashing. Flashing lights. Ich hab auch nie. Ich weiß ja, wohin ich von dem ich verflüchten kann. Bin ich sicher? Ich glaub schon. Oder? Ja, scheiße. Ich hab ja nur Blindgranaten. Oh, pass auf, Alter. Ja, genau. Genau dann, ey. Hä? Hat der uns geholt? Hä? Hat der uns geholt? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer gestorben ist. Sollen wir den jetzt erlegen oder einfach abhauen? Boah. Auch Veteranen, weiß ich nicht, ey. Ich hab ein richtiger Regenwerfer gar nicht mitnehmen mehr. Komm, ich hab hier Minen. Ja, komm, wenn der Hunger ist, ja. Äh, was soll ich noch nehmen? Nehme ich mal Branden, wenn ich hier 5 oder 30 oder gehen werde ich. Sniper vielleicht. Ja, nur für die BSA-Embleme, für den kannst du das nicht benutzen. Ne, doch, doch, für den hab ich die, die ist richtig gut. Na gut, dann. Die Dragonaut. Erstmal schön verbessern. Da unten ist aber so eng, das Problem ist, wir können nicht zurückweichen. Den kriegen wir schon, den kriegen wir schon. Ach, 15 Sekunden, ey, da bin ich wie ein Bein. Oh, der Jan kann nicht warten, ey, nein. Ich muss Countdown hier. Oh, da gibt's nochmal einen schönen Diamant. Oh, da gibt's nochmal einen schönen Diamant.